Ich möchte Ihnen von meinem ersten Buch erzählen, die Stille in mir. Diese Stille in mir kam erstmals zu mir, als ich 24 Jahre alt war. Ich hatte Krebs, ich war in einer wirklich existenziellen Krise, es gab eine Notoperation, Chemotherapie hatte begonnen. Ich war in tiefer Verzweiflung, in tiefen Ängsten. Aber irgendwann gab es einen Wendepunkt, der sich wirklich total verwandelt hat von totaler Verzweiflung und Angst und Schmerz hin in ein pures Loslassen. Dieses pure Loslassen hat sich verwandelt in puren Frieden, pure Stille, pure Liebe. Und seither ist mir klar geworden, das haben wir vermutlich alle in uns. Aber wir können es auch wieder verlieren. So war es bei mir auch. Also in den Irrungen und Wirrungen des Alltags verlor dieses Einheitsgefühl wieder. Es verlor mich, ich verlor es. Und ich begann zu suchen, weil ich habe gemerkt, das hat irgendwie mit Mystik, mit Spiritualität zu tun. Ich habe angefangen, Therapien zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Ich war ein wilder Esoteriker, Wendezeit, Jünger. Ich habe mich für Engel interessiert, für Erleuchtung, für Channeling, für Psychotherapien und vieles mehr. Zu Deutsch, ich ging meinen Weg. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Und allmählich kam ich diesem Gefühl wieder näher. Ich habe gemerkt, ja, wir können uns dem nähern. Wir haben den Frieden, wir haben die Stille in uns. Aber das muss gelernt werden, kultiviert werden, zum Beispiel durch Meditation. Heute würde ich sagen, ich habe beides ein bisschen mehr verbunden. Das Alltagsleben, unsere Irrungen und Wirrungen, Verstand, Gefühle, Ängste, Emotionen. Und das andere, dass wir auch sind, diese Stille, aus der wir kommen, in der wir aufgehoben sind. Ich bin natürlich weiterhin auf dem Weg. Ich mache meine Erfahrungen. Und über diese Erfahrungen möchte ich Ihnen einfach ein bisschen erzählen. Es sind zwölf Kapitel geworden. Jedes Kapitel beginnt mit einer ganz persönlichen Geschichte. Bisschen lustig, bisschen spannend, bewegend, inspirierend. Wie auch immer, ich habe einfach mein Bestes gegeben mit der Absicht, Sie zu inspirieren. Danach gibt es jeweils sachliche Betrachtungen, ein bisschen philosophisch, ein bisschen psychologisch, einige Inspirationen zum Nachdenken und am Ende jedes Kapitels eine kleine Übung. Die Leute, die mich kennen, die wissen, das kann keine Yoga-Übung sein oder so etwas. Nein, es sind mentale Übungen, es sind Inspirationen, es sind kleine Hinführungen zur Meditation. Und am Ende des Buches, wie auch in meinem Leben, kam ich immer mehr zum Schluss. Wir sind aufgehoben, wir sind geführt, wir sind nicht allein. Wir können uns dem Fluss des Lebens anvertrauen. Je mehr wir lernen, unserer Intuition und unserem Herzen zu folgen. Wie gesagt, ich bin noch auf meinem Weg, bin noch lange nicht am Ziel. Wer ist das schon? Und ich will Sie einfach ein bisschen mitnehmen auf die Reise, mit meinen Erlebnissen mitzugehen und mit mir ein bisschen nachzudenken über die Welt der Spiritualität, Welt des Geistes. Was heißt Bewusstsein? Was heißt Erleuchtung? Was heißt Heilung? Wann sind wir heil? All diese Fragen stelle ich. Und ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude beim Lesen, wie ich beim Schreiben hatte, bei meinem ersten Buch, die Stille in mir. Dieses Buch ist erschienen im Echner Thron Verlag. Und parallel können Sie es bekommen als Hörbuch, da ist es erschienen im Steinbach sprechende Bücher Verlag. Das Buch ist das Buch, da ist erἈt. Und ich hoffe, Sie haben noch einen Schruss, da ist es hinter mir. Das Buch ist der Zeug. Untertitelung des ZDF, 2020